58 Parts of the body Körperteile Ich zeichne einen Mann. Ich zeichne einen Mann. Zuerst den Kopf. Der Mann trägt einen Hut. Die Haare sieht man nicht. Die Haare sieht man nicht. Die Ohren sieht man auch nicht. Den Rücken sieht man auch nicht. Ich zeichne die Augen und den Mund. Der Mann tanzt und lacht. Der Mann hat eine lange Nase. Der Mann hat eine lange Nase. Er trägt einen Stock in den Händen. Er trägt einen Stock in den Händen. Er trägt auch einen Schal um den Hals. Er trägt auch einen Schal um den Hals. Es ist Winter und es ist kalt. Die Arme sind kräftig. Die Arme sind kräftig. Die Beine sind auch kräftig. Der Mann ist aus Schnee. Der Mann ist aus Schnee. Der Mann ist aus Schnee. Er trägt keine Hose und keinen Mantel. Aber der Mann friert nicht. Aber der Mann friert nicht. Er ist ein Schneemann. Er ist ein Schneemann. Er trägt auch eine Lange. Der Mann ist aus Schnee. Er trägt eine Lange.